Mal gucken, ob wir überhaupt mal wieder was treffen. Die machen nichts. So, hier habe ich noch ein paar Leute übrig. Wir müssen auf jeden Fall den Torwächter loswerden. Aber wenn der loslegt, dann ist Zotendus da. Der Jäger wird dann schon zweitrangig. Daneben? Es bewegt sich noch. Daneben ist uncool. Nicht gut. Hm. Jetzt muss man doch wenigstens schießen. Der Schuss ist immer entscheidend. Den sind Sektuiden, die ich gar nicht sehe. Zwei Sektuiden waren da ganz da hinten. Nicht schlecht. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Geh raus! Bomben weg! Geh raus! Vielleicht kriege ich den so weit, dass er da stehen bleibt. Okay Team. Lass mal los. Egal. Ja, ich hab jetzt noch nicht geholfen. Einige von dieser Minder. Oh. Das hält dieser Soldat nicht lange durch, Commander. Unsere Soldaten leiden da draußen. Wir müssen ihnen nach unserer Rückkehr etwas Erholung gannen. Ich glaube, Backmama ist wütend. Und wie wütend ist das? Ähm, leben noch alle. Das ist nicht gut gerade. So habe ich das nicht gedacht. Grob, aber effektiv. Ich lass gleich den Genesen aufsteigen. Wir können es auf die Nette oder die harte Tour machen. Ich habe hier eine Pseh-Sonde. Die Ältesten können es nicht ausstehen, wenn man ihre Priester tötet. Wieso ist die eigentlich nicht mehr dran? Das war wahrscheinlich wegen Berserker. Das ist auch interessant. Weil Gizmo verletzt wurde, hat die Berserker aktiviert. Wie gesagt, ich lass jetzt den Dings aufsteigen. Wo ist der? Das ist doch für Entspannung. Das entfernt erstmal alle Malis. Und heilt auch mal gleich eben. Quere über das ganze Schlachtfeld. Ja, sogar ihn auch. Ja, die andere war voll, deswegen. Das wird dir helfen. Das wird dir helfen. Das wird dir helfen. Das wird dir helfen. Daneben! Guter Schuss. Guter Schuss. Aber versucht es nicht nochmal. So, und die gibt ihre Punkte ab. So, wie war das nahe ist. Äh, wie war das mit dem? Emone gegen Nahkampfschaden. Gut, dann wollte ich es gar nicht erst versuchen. Das hätte ich nämlich beinahe versucht. Gehen wir da hin, dann siehst du ihn besser. Schon unterwegs. Da in die Bulde rein. Und dann feuerfrei. Tjo. Das ist nicht gut. War das für mich gedacht? Ja, eigentlich schon, aber es hat nicht ganz geklappt. Du hast die Macht. Probier es gleich nochmal. Ich betrachte das mal als Anfängerglück. Der darf sich nicht sicher fühlen. Ich lasse mal die Scharfschüsse drauf schießen. Das war nichts. Das ist ja beinahe schon Betrug. Ach, denkste? Jetzt haben wir den Ball getroffen. Ich habe trotzdem geschahen gemacht. Mir sind die Kugeln ausgegangen. Vielleicht treffen die ihn ja mal per Zufall. Er hat nur noch einen Punkt. Er hat immer noch Panik drauf. So, ich sehe, da ist auch noch mal jemand nach. Außer Gefecht. Auf die einfach gar nichts machen dürfen. Das ist bitter. Das ist wirklich super, ne? Ich bin sehr begeistert. Let's move already. Legen wir endlich los. Voll in den Feldposten rein. Geil wenn man jetzt seinen eigenen Leuten anschießt. Ich kann nicht move! Hilfe! Seht mal! Du brauchst eine Pause. Okay, dann! Glanzen! Glamzen! Kommt! Kommt! Mach der Kugel! Kommt wieder! Komm schon! Komm zurück in die Kampf! Kommt, geh zurück in die Hand! Er ist gefallen. Sie sind wohl die erste Person, die nicht mehr als einmal besiegen konnte, Commander. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Ich komme wieder. Das war sicher nicht unsere letzte Begegnung, aber dieser Auserwählte hat offensichtlich nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet, Commander. So, kommen wir auf den letzten Platzkriegen. Jo. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Das war's. Ja, das war ja auch quasi die Liedernführerin. Das war's. Oh, schön mit der Avenger hineinzukommen, das ist auch cool. So, dann drehe ich die nochmal richtig. Wir haben sogar noch ein paar Feinde als Freunde mitgenommen. Das war schon der zweite Angriff, die wir besiegen konnten. Aber das war doch was. Angst vor Gift. Unfair. Sieht wohl nicht so aus, als wäre die nächste. Hier, Shield. Cool. Auch Richtung Major jetzt. Hier wird in deiner Aktion zurückerstattet. Cool. Dadurch wird die wirklich gefährlich. Jo. Boah, jetzt hab ich Hunger. Gut, das war's. Danke fürs Zusehen.